Hey, mein Name ist Selima Jo. Ich bin 20 Jahre alt. Geboren wurde ich am 21. Februar und somit ist mein Sternzeichen Fische. Das sind die süßen Tiere, die meinen Kaffee sinnlicher gestalten. Und ja, ihr habt richtig gehört, mein Kaffee. Ich leite und arbeite in diesem Kaffee. Es heißt Selimas. Natürlich ein schöner Name, findet ihr nicht auch? Ich habe dieses Kaffee gegründet, weil sehr viele Erinnerungen an früher dran hängen, an meinen Großvater, an meinen Vater, an meine Mutter, halt sehr viele. Nun ja, ich werde euch dort erwarten auf einen Kaffee oder einen Kuchen. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr und samstags haben wir auch geöffnet von 10 bis 15 Uhr. Ich freue mich drauf. Eure Selima.